Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday. Heute ist der 16. April und ein Hanses 76. Geburtstag. Und da haben wir uns mit ein paar Freunden einem bayerischen Lokal in Neuseeland getroffen, um ein bisschen zu feiern. Und dabei auch an dich gedacht, lieber Gerhard. Denn dein Geburtstag, der 80. ist auch nicht mehr so weit weg. Das Lokal ist richtig urig und der König Lugik darf natürlich auch nicht feiern. Die Wendysern ausschmeckt mit Bierwitzern aus ganz Deutschland. Die Familie Neubert und Loxi sind auch anwesend, so wie eine Nichte und drei Neffen und unter anderem auch dänische, deutsche und miscellenische Freunde. Lieber Gerhard und Annelie, wie ihr seht, sind die Schnitzel in Neuseeland auch fast so groß wie in Unterbruck beim Schnitzelwirt. Schmeckt auch sehr gut. Das ist hier der Helmut Telle, unser Meisterschäf aus Deutschland. Der kann Kuchen backen, der kann Spätzchen kochen, alles Mögliche. Unser super Meisterschäf hat heute den Geburtstag Kuchen gebacken. Ja, und das ist Hans Geburtstagskuchen von unserem Freund Helmut gebacken. Und den haben wir auch gleich für dich backen lassen, ob du es jetzt glaubst oder nicht, Gerhard. Aber essen haben wir uns selber messen. Und hier haben wir das Geburtstagskind. Er lacht so schön. Das ist die Frau Schiebel. Die Frau Schiebel hier sagt Hallo. Hallo Gerhard und Annelie. Wir sind hier in einem deutschen Lokal und es ist sehr schön. Hier haben wir jetzt die zwei Schwestern, die Helmut Neubert und Brigitte Loxi unterhalten sich jetzt momentan sehr schön. Hier gibt es die Schwester von Jungen und Dieter Neubert und Helmut Neubert aus Manikau. Hier haben wir die Jungen. Und nun kam Besuch für Hans, eine Verehrerin. Eine feine Dame aus Costa Rica, unsere Lene. Und hier in der Ecke haben wir unsere Freunde aus Dänemark. Das ist die dänische Ecke. Hier haben wir Arne. Der unterhalts sich momentan mit meinem Papa. Und hier ist Diana, die Frau von K. Hier haben wir Jutta, die Frau von Arne. Und hier haben wir den jungen Mann, der heißt K. Ja, lieber Gerhard, und nun zum Abschied noch ein paar Bilder. Und wir wünschen dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. Und auch Happy Birthday von mir, Gerhard. Okay? Okay? Okay. Okay. Okay.